Ich machte mich sofort auf den Weg und betete, dass ich noch Zeit hatte. Ich musste meine Position für die Zerstörung der Rakete einnehmen. Das war schon schwer genug, aber noch schlimmer war, dass nur ein voller Treibstofftank eine Explosion auslösen würde, die stark genug war, um alle Spuren des Tabuns zu verbrennen. Mir blieb nur ein kleines Zeitfenster zwischen dem Auftanken und dem Start. Echt jetzt? Naja, okay. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Sniper. Elite Sniper V2. Ja, ist ja gut. Hm. Oh. Was? Da drü- Nein. Ist du mich verarscht? Und wieso kann ich nicht schießen? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Lügner, ich bin doch gar nicht. Wow. Ich wurde jetzt schon entdeckt. Au. Feuer ist heiß. Wir sind Wichter. Wo kommen die hin? Nein, jetzt mal ehrlich. Wo kommen diese Lichter, ja? Scheint weg zu sein? Hm, wer weiß. Komm schon. Gewitter. Ist ja auf meiner Seite. Komm schon. Dass die dann aber auch nicht dem Hop-Kommando oder so Bescheid geben. Achtung! Hier ist ein Sniper, der die V2-Rakete aufhalten will. Hm. Wo soll denn der? Gewitter? Dankeschön. Nein. No, go, pokażis, Sniper. Prodolzat, Delschai. Manasch, Delschai. Gleiche gefunden? Ich hab doch gar keinen getötet. Ja, ne, du, Telschai. Naja, naja, naja. Naja, naja, naja. die wundern sich glaube auch nicht doch nicht kommt das jetzt ja wer spricht denn da hallo es geht nach hinten aber ist der gestolpert ich glaube das gestolpert hasta la vista baby okay also wie man so schön sieht wir sind entdeckt worden guten tag die haben mich noch nicht gesehen was so schön noch nie versteckte ich schön hat nichts mehr mit suchen zu tun warum sieht man nicht mehr das aus dieser komischen perspektive aus dieser awesome perspektive er versteckt sich hier jetzt wisst ihr es ich werde wahrscheinlich auf schwer so schnell tot das ging gar nicht klar ich habe ich verarschen wir da hinten es ist kein mann getroffen nein nein es hat leider nicht geklappt aber das ist der richtige weg ich habe meine initialien verraten der eiermann ist leider nicht mehr da mann so ein pech war das ist nicht damit gerechnet dass ich auch was anderes als ein sniper sniper gewerbe ja ja die war auf okay also das war doch schon mal gehen wir den richtigen weg müssen doch ich gehe den weg was war das hier laufen tausende von soldaten rum da kann auch einer auch mal laut rumrennen immerhin seid ihr doch keine sniper oder glückspilz ich habe jetzt noch was wie liegt der denn da ich frage mich immer wo die sind die hören sich so an als würde ihn wie ein meter vor allem stehen in der halle und dann warum war das jetzt ein kill dieses spiel verstehe ich langsam nicht mehr aber es ist okay war das ein kopf nein irgendwer im turm ich erkenne keinen Ha! Meine Taktik! Au! Wo kam das? Ich hasse Sniper, auch wenn ich selber einer bin. Hä? Buh! Boah! War das knapp! Aua! Das ist unser Blut, nicht Blut vom Feind. Aber das lässt uns natürlich kalt, wie ihr seht. Wir können ja noch weiter rumlaufen. Müssen wir jetzt hier hoch, oder was? Äh, scheint so. Wartet hier keiner? Kein Russe oder so? Hm, wunderlich. Hier ist auch keiner. Alles frei? Hä? Das war jetzt mal so failhaft von mir. Das war... Oh Gott! Ey, Leute! Dort ist die Rakete! Ich durchsuche erstmal den Leutnant, oder was auch immer das war. Was leuchtet da? Soll ich jetzt nach oben, oder wo soll ich hin? Ich hab' ein Kürger. Du bist hier? Wir sind hier, alle. Ach, da geht's dich. Nein! Das war's! Wir sind hier. Mal schauen dich, im Schneider! Wollen die mich verarschen? Ich versteh nicht, was ich machen muss. Hilfe! Oh Gott! Ne, jetzt mal ehrlich, was muss ich machen? Okay, da steht einer, da steht einer und... Ei! Da schrumpelt die Lunge. Okay, das war nicht so ein schöner Treffer, aber er war schon... ...bemerbt. Jetzt wollte ich schon mit Q markieren wie in... schießt mich nicht an keine headshot sind aber ich tue den trotzdem weh headshot du magst es nicht anzuschießen natürlich der härteste feind muss ich jetzt einfach alle umbringen oder was ach du die snapperposition mag ich sogar eigentlich ganz gut muss man sich nur etwas öfters bewegen aber hier ist man am sichersten außer wenn jemand hier eine granate reinwerfen würde dann wäre man eindeutig im arsch aua nein 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 verstecken gilt nicht natürlich versteck dich nicht ich meine versteck dich aber nein so nicht halt stopp ich bin ver... du ich glaube der hat ein Auge verloren Glexpelz Glexpelz und nochmals Glexpelz nein ich kann den Kopf sehen au oh findet das V2 Raketensiedlung da war meine Stimme weg alles klar ja oder du au wo ach ich soll erkannt werden ach ich soll erkannt werden Ich verstehe. Ich könnte sich schwören, hier war einer.